Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist das tägliche Brot der Demokratie und mehr Demokratie sorgt sich, dass dieses Brot nicht hart wird. Deshalb fragen wir nach, was ist der Staat, wessen ist der Staat, sind wir Bürger oder nur Steuerzahler oder ab wann ist es dasselbe, wie denken wir uns einen Staat und was machen wir dann mit dem Ausgedachten und bei all diesen Fragen landen wir unweigerlich bei der direkten Demokratie. Erst mit der direkten Demokratie erfüllt sich, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht.